Vier Nachteile bei Print-on-Demand. Du überlegst dir, deine Designs zum Leben zu erwecken und als Print-on-Demand-Artikel zu verkaufen. Print-on-Demand ermöglicht dir, ein geringes Risiko auf Lagerbestand sitzen zu bleiben. Denn die Produkte werden erst dann produziert, wenn sie verkauft werden. Und um den Versand kümmert sich jemand anders. Das Ganze hört sich ziemlich gut an. Zu gut? In diesem Video schauen wir uns die vier großen Nachteile von Print-on-Demand genauer an. Und ob sich das Ganze dennoch lohnt. Mein Name ist Lisa und ich habe mich vor circa sieben Jahren im Bereich E-Commerce selbstständig gemacht. Meine erste Brand war damals EQU und hier verkaufen wir nachhaltige Produkte wie Rasierer, Zahnbürsten und Trinkflaschen. Seither habe ich noch andere Brands gestartet, sowohl mit physischen Produkten als auch im digitalen Bereich und auch Print-on-Demand-Produkte. Ich habe quasi die Erfahrung im Bereich E-Commerce gesammelt und aus diesem Grund können wir uns das Ganze jetzt hier auch genau anschauen. In diesem Zusammenhang würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn du mal in die Kommentare schreibst, ob du bereits Print-on-Demand-Produkte verkaufst oder ob du dich für eine andere Art von Produkten interessierst. Ist Print-on-Demand tatsächlich so eine Goldgrube, wie häufig berichtet wird? Oder solltest du doch lieber deine Finger davon lassen? Schauen wir uns das Ganze einfach direkt einmal an. Nachteil Nummer 1. Qualität gewährleisten. Ich habe ja gerade schon erklärt, beim Print-on-Demand läuft das Ganze so ab, dass du zwar das Design lieferst, aber die Produktion und auch der Fassand von jemand anderem übernommen wird. Es gibt verschiedene Print-on-Demand-Anbieter und schon alleine bei Printify kannst du da zwischen verschiedenen Anbietern wählen. Und auf diese Anbieter bist du dann natürlich auch angewiesen, dass diese dann auch gute Qualität liefern. Du kannst das beste Motiv oder die kreativste Idee haben, wenn die Qualität des Druckes schlecht ist. Wird dein Kunde am Ende auch nicht happy sein? Doch was kann ich hier tun? Ich habe das Ganze schon in meinem Printify-Video angeschnitten. Wenn du Produkte bei Printify anlegst, kannst bzw. musst du dann zwischen verschiedenen Produzenten wählen. Denn Printify ist sozusagen nur der Vermittler. In Deutschland bzw. in Europa haben wir hier generell eine kleinere Auswahl, als wir das beispielsweise in den USA hätten. Aber dennoch ist es wichtig, hier den richtigen Produzenten zu wählen. Bei Printify hat jeder Produzent einen Score, der sich aus den ca. letzten 30 Tagen ergibt. Hier werden dann verschiedene Faktoren berücksichtigt. Die Qualität, die Schnelligkeit und noch andere Dinge. Wenn du dich also für einen Hersteller entscheidest, achte auch auf diese Faktoren und nicht einfach nur den günstigsten. Übrigens, es kann immer mal wieder vorkommen, dass eine Bestellung reinkommt, aber dein ausgewählter Produzent diese Bestellung gerade nicht übernehmen kann. Das kann verschiedene Gründe haben, wie zum Beispiel, dass der Artikel gerade nicht auf Lager ist. Also das Blanko, also zum Beispiel ein Poster oder ein T-Shirt. Bei Printify gibt es hier eine Einstellung, die häufig schon voreingestellt ist und dass der Auftrag dann automatisch an eine andere Druckerei oder einen anderen Hersteller übermittelt wird. Das hat natürlich den Vorteil, dass der Kunde sein Produkt dennoch bekommt. Das Ganze kann aber natürlich auch ein Nachteil sein, wenn du dann einen schlechten Produzenten bekommst. Mach dir hier auf jeden Fall schon mal Gedanken bzw. behalte das Ganze schon mal im Hinterkopf. Nachteil Nummer 2. Fehlendes Branding. Ganz egal, ob du deine T-Shirts selbst bedruckst oder eben auch in meinem Falle bei EQU Produkte verschickst. Wir haben natürlich einen Einfluss, was der Kunde bekommt. Wir können einen Flyer beilegen oder bei EQU haben wir ein eigenes Klebeband. Das sind natürlich alles Maßnahmen, die auf das Branding einzahlen und auch auf das Erlebnis, das der Kunde hat, wenn er das Produkt bekommt. Wenn du deine Produkte über Print-on-Demand entwickelst und verkaufst, übernimmt jemand anders die Produktion und auch den Passant. Und in diesem Fall sind dann die Sendungen meist ohne Branding. Also kein eigenes Klebeband und auch kein Flyer. Bei Print-on-Demand ist es daher in der Regel schwerer, eine Marke aufzubauen. Doch das bedeutet nicht, dass Branding oder Extras bei Print-on-Demand gar nicht möglich sind. Bei Printify zum Beispiel kannst du dir anzeigen lassen, ob und welche Anbieter beispielsweise es ermöglichen, dass du noch eine Karte beilegen kannst. Oder eben andere Dinge wie dein Markenlogo im Kleidungsstück. Wie das Ganze funktioniert, haben wir uns auch schon mal in meinem Printify-Video angeschaut. Du kannst hier übrigens auch schauen, wie Produkte verschickt werden. Dies ist besonders interessant, wenn du zum Beispiel Motive hast oder Bilder hast, T-Shirts hast im Bereich Nachhaltigkeit. Dann wäre es natürlich eher ungünstig, wenn diese in Plastikverpackungen verschickt werden. Solche Informationen sind auch immer wieder Teil von meinem Newsletter. Falls dich das also interessiert und du noch mehr Informationen haben möchtest, die aufgrund von Zeitgründen einfach hier keinen Platz haben, schau unbedingt mal in der Infobox nach, denn dort ist der Link. Nachteil Nummer 3. Einfach kopierbar. Der Vorteil von Print-on-Demand-Produkten ist es, die einfache Einstiegsbarriere. Dank AI-Tools wie Midjourney oder Canva brauchst du keine großen Grafik-Skills, um tolle T-Shirts, Poster oder Tassen zu erstellen. Doch das macht diese Art von Produkten natürlich auch einfach kopierbar. Motive oder Nischen, die sich gut verkaufen, können so von anderen Sellern einfacher nachgemacht werden. Dies unterscheidet es beispielsweise von physischen Produkten, die du zunächst entwickeln und dann in einer höheren Stückzahl bestellen musst. Mein Tipp an dieser Stelle ist es daher, das Gesamtpaket zu perfektionieren. Achte auf deinen kompletten Auftritt, sowohl, dass du gute Bilder hast, eine gute Produktbeschreibung und eine Brand aufbaust. Und eben auch, dass du einen eigenen Style hast und die Qualität sicherstellen kannst. Vielleicht kannst du Figuren entwickeln, die du dann immer wieder in deines Designs nutzt und diese kannst du natürlich dann auch schützen lassen. Hier gibt es also verschiedene Möglichkeiten. Nachteil Nummer 4. Höhere Stückkosten. Bei Print-on-Demand-Produkten geht das Produkt ja erst dann in die Produktion, wenn eine Bestellung dafür da ist. Also angenommen, du verkaufst ein T-Shirt mit einem Print drauf, gibt es zwar schon das T-Shirt als Blanko-Version, aber der Druck kommt erst dann auf das Shirt, wenn eben die Bestellung dazu da ist. Dadurch kannst du um einiges schneller auf Änderungen im Markt reagieren, hast dafür aber in der Regel teilweise höhere Stückkosten. Teilweise sind die Produkte ja auch noch personalisiert und werden dann nur einmal hergestellt. Der Stückpreis ist daher höher, als wenn du direkt 1000 Einheiten von einem Produkt bestellst, da sich hier dann die Fixkosten reduzieren. Höhere Stückkosten sind aber nicht per se ein Nachteil. Wichtig ist es hier auch, eine ordentliche Kalkulation zu machen. Kenne deine Kosten, sowohl die Kosten für die Produktion, als auch die Kosten, die dann noch auf dem Weg entstehen. Also die Plattform, auf der du verkaufst, wie zum Beispiel Etsy, die Versandkosten und auch die Kosten für die Bezahlung. Besonders, wenn deine Produkte personalisiert werden können, sind Kunden in der Regel bereit, viel mehr zu bezahlen als ein 0815-Produkt. Davon leben diese Produkte ja in einer gewissen Art und Weise sogar auch. Höhere Preise sind daher kein Problem. Du musst das Ganze nur wissen und richtig einkalkulieren. Einige Anbieter wie Printify haben auch Plus-Tarife. Hier zahlst du dann eine monatliche Gebühr, bekommst aber dann einzelne Bestellungen bzw. einzelne Produkte jeweils 1-2 Euro günstiger. Das Ganze kannst du mal ausprobieren. Auch dazu habe ich einen Link unten in der Infobox. Da kannst du das Ganze mal 30 Tage kostenlos ausprobieren. Ansonsten würde ich dir das Ganze erst dann empfehlen, wenn du eine gewisse Anzahl von Sales im Monat hast. Denn dann balanciert sich das aus bzw. dann lohnt sich das Ganze auch. Das waren die vier Nachteile von Print on Demand. Hast du schon Designs, die du über Print on Demand verkaufst? Oder interessierst du dich eher für digitale Produkte? Oder bist du eher Team physische Produkte bzw. Amazon FBA? Schreib mir das Ganze bitte unbedingt mal in die Kommentare, denn mich interessiert echt, was du machst, wer du bist und welche Art von Content dich interessiert. Ansonsten verlinke ich dir hier auch noch ein paar andere Videos, die sicherlich interessant für dich sind. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Ausprobieren und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen oder in meinem nächsten Newsletter. Bis dann!